ja aber ich glaube die kommen zu ihm noch nicht so schnell dahin oder ja wobei ich ja wobei doch 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 ich bin safe ich bin hier safe sah gerade kurz nicht so aus ja das stimmt aber halt nur für die runde danach muss ich sie wieder aktivieren ich weiß ich bin gerade wieder am schwärm von rain and dawn da gibt es einen button dann sind auf einmal dann würden wir halt bei den neueren da wird alles okay und dann kann man zusätzlich noch einzelne personen extra markieren mit einer anderen farbe und das ist natürlich auch praktisch ja gut ich könnte die tür so aufbrechen aber wie viel hatte die 80 ja da nutzt über den türschlüssel okay wir haben wir hier ja gut wenn ich bitten darf ja wenn ich bitten darf kein isa kein krit naja geht ja auch so keine ahnung auf jeden fall in ihrem ursprungs level weil die haben wir nicht genutzt okay das ist natürlich gut zu wissen und ich frage mich warum ich keine wo warum 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 der gute tourist keine neuerungsstab mehr hat na super ich bin davon aus sagen dass er den noch hat na ja toll leider nicht ja gut dann hoffen wir mal dass ziel gleich aufwacht irgendwann das war ja auch jetzt nur ein stahlbogen und nicht der meister bogen aber wer ein bisschen sparen hier das ist auch ein süßer magier hier eine finee hat man das noch ein scharfschütze langen bogen ok der macht ein krit der drei krit und zwölf schaden das ist nicht ohne von dem hier na von dem hier eins minus magie halbe das heißt magie 15 das heißt sieben oder acht ist die frage eins zwei drei vier fünf sechs sieben ja gut wenn sieben ist ja wenn es acht ist dann werde ich auch da getroffen ist die frage aber ich meine er kann sich noch so bewegen er läuft einfach nach oben ja gut das stimmt ja das stimmt natürlich er bleibt da ja nicht stehen das ist das ist ein einwand elfendonner ja dann 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 lasse ich ihn lieber herkommen nur wie viel krit war das das waren zwölf krill das waren drei krit mit zwölf schaden das wären 36 oder warte nehmen mit ihr komme ich dann auch noch nicht hin also ich komme da schon hin aber da kann ich nicht mehr zurückbewegen das war eigentlich mein punkt wobei ich habe noch nicht habe eine idee wie ich das mache wenn ich dann nicht erneuerung starb aber damit wenigstens magie schild ja gut wahrscheinlich wie viel schaden werden das dann das wären fünf ja ok fünf mit krit wenn 15 ich hoffe nur dass der andere magier da da nicht auch so viel schaden macht weil da kein krit troffen hat er leider das stimmt und das noch einen schlüssel ich bin sowieso einer der meistens die animation kann das schon verstehen teilweise ja warum mache ich es nicht einfach so retten und wieder rausholen das sind die perfekten stress was haben die die haben alle extra ich glaube dann dass das vielleicht sogar ereignen machen wenn ich das stimmt wohl also das ist vielleicht maximal die hälfte würde ich sagen auch noch mehr ja oder der arme racing für je nachdem wie weit kommst du kommst sogar bis dahin komme ich mit racing die ihr dahin oh ja es komme ich sogar die frage ist natürlich nur ob ich dann singen kann aber ich denke das jetzt mal naja gut ich glaube nicht dass ich da mit eik und dem und tormutter die großen probleme haben werde gegen die freunde das war eine meister axt aber das ist natürlich krass dass die eine meister axt haben das böse fähigkeit geschwindigkeit stahl axt und stahl axt 17 der kommt dann natürlich nicht hin ach so ja das meinst du ich wollte jetzt die gegner angreifen ja gut das geht nicht aber das stimmt natürlich das vielleicht auch ja das ist natürlich auch eine gute idee vielen dank dafür ich habe allgemein in letzter zeit viel verärmdung gespielt ich spiele jetzt echos gerade wieder interessantes spiel viele viele kritikpunkte von mir aber es macht spaß und das ist das wichtigste müsste er mal wieder spiel ich habe angefangen hat wobei das angefangen ich bin ja bei der hälfte war mir auch ehrlich ich habe auch angefangen beziehungsweise ja ich war auch ungefähr bei der hälfte aufgehört es ist aber wieder bock bekommen es ist einfach es ist also beziehungsweise ich habe es also ich habe es ja vor jahren weil mir gekauft haben auch einmal durchgespielt bisher und mein ding ist ich habe es im stream angefangen und ich bin halt gerade da ich glaube ich habe das erste kapitel mit allem nachdem die sich weil nachdem ist der lecker und ordentlich getroffen wird das erste gemacht also ich weiß nicht das ist das problem beim spiel ist einfach du hast halt deine einheiten 10.000 stück meinetwegen ist okay die gegner sind auch 10.000 stück offene map gegen dann auch das spiel also ich sage mal gerade wenn die möglichkeit hat sich zu multiplizieren frage ich mal mit der fähigkeit die man bekommen ja gut ich bin jetzt nicht so gerne weil man dann keine exp bekommt er würde ich benutze mal ganz gerne zum anderen zeigen oder um seit mal doof gesagt ich weiß gar nicht ob das habe ich ich weiß gar nicht mehr wenig gemacht damit die sozusagen so eine rundschutzschutzschild haben weißt du ja und eine andere sache die mir echt richtig auf die nerven geht bei dem spiel ist hey du hast eine einheit die nicht viel resistenz hat okay die ist absolut trash und stirbt in jeder mission weil die gegner magie einheiten sich einfach zu dir teleportieren weil die auch um diese kranke magie werte haben zum teuer ist schon die teleportieren sich also die gegner sich von einer auf die komplett andere seite dann dann zu einem dass man sich general hin der nur resistenz hat weil hast du dir eigentlich auch das trafische schild geholt ja also gottes mal wie viele runden waren das am ende bevor ich das drakos schild bekommen ich weiß es gar nicht das waren einige ich glaube ich war bei 50 weil das ding ist ich habe glaube ich lucas glaube ich mir vor den gestellten irgendwie so irgendjemand der richtig fett war und habe damit cliff cliff und excalibur oder wie diese wind magie heißt und dann immer nur gegrittet auf kritz gehofft ja das ging dann glaube ich für mich fast so 50 60 70 rund oder so bis ich weil ich mir dieses tageschild haben wollte ja das war sogar der boss von dem also das war glaube ich der letzte also die erste runde die wir mit allem machst das ist glaube ich sogar der endboss davon gewesen aber das bekommst du wenn du den anderen von dem also da kommt ja dieser ich kenne den anfang von echo ist kaum noch weil ich habe es ja mal angefangen vor 100 jahren und habe dann jetzt wieder weiter gespielt und dann kenne ich den anfang nicht mehr endlich ist chill wieder aufgewacht das cool am anfang kommt ja hier kommt dieser slate dieser die gegen den großvater kämpfen tut und tutorial sag ich mal und der kommt dann mit dem er kommt damit dem am ende also mit dem endkapitel von der ersten hefte von allem sag ich mal und wenn du den sag ich mal erst bisschen nicht den dicken dabei kommst du das trage steht nicht heute den ich auch noch besiegen muss dafür und das ist mega ätzend weil da auch so viele einheiten auch noch um was kann ich denn von ihr ja eigentlich schon ich war ich wozu gibt es die option stehlen wenn ich nichts von ihm stehlen kann ich dachte gerade wo zu stehlen ich glaube das hängt auch von seiner ich weiß nicht mehr ob stärke oder geschwindigkeit je mehr stärke oder geschwindigkeit ich weiß nicht mehr was und energie tropfen sind aber cool das steht ist das gta die autos klauen ja allgemein man kann aber keine sachen stehen die dagegen ausgerüstet hat eine coole sache nicht aber diesmal rein in dort passiert da hatte ich so eine einheit trainiert jedoch eine fähigkeit die aktive waffen vom gegner bekommen kann ja gut genauso stark wie der krit mal wieder gerade ja ich merke es auch herkommen gaytree auch wenn das fast schon ein bisschen zu viel schaden ist aber ich kann ja danach noch mal tanzen mit racing wirst du auch ja ich mache das aber von hier chill kann sich mal um die anderen beiden kümmern duf 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 ja resistenz genau was vielleicht noch zur resistenz waren es gibt so eine seite da kann man so die durchschnittstecks von den einheiten anschauen für das level ok der aufbau ist blöd ich wünsche ich hätte langen bogen wobei du kannst ja nicht darüber schießen ach so kann ich das sowieso nicht ja ok also noch zweimal hoffen dass schlaf vielleicht doch nicht trifft ja das ist ja wirklich hatte dass er mir seinen langen bogen nicht gibt ja gut geschwindigkeit aber ein angriffspunkt wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen aber gut vielleicht würde dann mal nicht gedoppelt vielleicht würde dann mal nicht gedoppelt ich merke dein bolt ist auch nicht allzu krass geworden der soll ja ein richtiges monster teilweise sein können aber ich habe da noch nicht so viel mitbekommen ja er ist okay er ist jetzt nicht mega schlecht aber auch nicht mega gut würde ich sagen halt durchschnitt das ist ja ich glaube ich habe ich habe das hat mich mal in vermucht gehabt das hat eine stärke macht ich glaube am anfang waren wir glaube ich gar nicht so begeistert von dem das hat sich da irgendwie mal gegeben glaube ich ja 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 ich meine ich muss dazu sagen ich erzähle jetzt viel zeug aber im endeffekt habe ich auch nicht allzu mega viel ahnung vor allem da ich das spiele feiern im allgemeinen eher auf den leichteren schwierigkeitsraten durchspiele ja das einzige schwere was ich bisher gemacht habe das ist halt dass ich das den siebener teil im hektor harten mode im stream ja aktuell ja mal gemacht habe aber ja das merke ich hoffentlich kommt jetzt nicht der dieb angeschissen ja weil ich war es ja genauso gut hatte eigentlich ist es schon noch was so cool aber war es aber auch nicht ganz kp geil ja das passiert äh können ja nicht alle level so gut sein ja ja das stimmt oh hi ja das ist ein problem ja wobei war da jetzt ein dieb dabei ich glaube nicht weil dann ist irgendwie mal schauen hier äh soldat das sieht aus glaub ich nicht danach aus das sind nur die soldaten wunderbar ja gut das einzige problem ist natürlich noch ich hörte auch die anderen hier am liebsten gerne in der gegend ja ich weiß nicht ob du da überhaupt jemand haben willst so lange tauronio da ist weil zum einen ist der krass und zum anderen willst du ihn nicht töten also sind ja das stimmt natürlich auch also ike äh mach dich mach dich ran deine fähigkeiten werden hier verlangt deine fähigkeiten zu reden ja genau ja die wüsste auch noch wenn ich so sehe was da alles so rauskommt hat der stahl lancer kurz sperr und stahlbogen hast du auf ihr die bach ne äh eins zwei drei vier fünf sechs sieben also dahin dann dann kriegst du kriegst du den kaputt den oberen dann kannst du ja nach dem angreifen auch nochmal umfliegen das stimmt natürlich auch also ich würde ihn da nein 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 nicht bewegen weil jetzt läuft du fünf das stimmt auch dieses mit dem kanto zurückziehen da denke ich nicht so oft ja dann kam das dazu wobei das gab es doch glaube ich auch teilweise und dann gab es nicht mehr er hat einen lang wo in den stahlbogen sogar ja wobei 14 hat sich altert bei meinem durchgang hat einfach verteidigung gemächt okay vorbei wenn dann ja wenn er auch in der reichweite von marcia ist glaube ich auch oder ist es ja auch noch hier die bären brüder machen das zusammen oder eines auch wieder ins stummerland gefallen wir könnten es ja wir könnten es ja gleich bei einer machen leider war ja es ist es ist okay es sieht vielleicht wirklich besser aus als in three houses aber das war es dann auch wenn du die flug also in die pegasus leute ja es ist eine klassen fähigkeit also für das können auch wir werden haben sozusagen also wir werden und pegasus die einheiten sind dafür egal das ist diese flugtechnik da die wo auch bei echos bei diesen drillingen ist also bei den drei nicht heilen das sind halt so spezielle einheiten geschwister einheiten die das können ja ich finde einfach toll hat mich noch nie enttäuscht und ich muss ja auch nicht noch mehr wirbeln die mögen es echt ihre lanze durchzuwirbeln ja leider war also das ist das einzige was oscar nicht hat geschwindigkeit ja der hat ein speer ja 1 2 3 4 5 6 ja da brauche ich wohl bei eisenland sehr doch eisenland zu geht auch wobei nicht mal ganz aber ein drittel ein bisschen weniger sind drittel der kapitel ja und wahrscheinlich auch nicht alle ja weil natürlich noch dazu kommt dann muss man auch noch die werte gemerkt haben ich habe ich habe mir bei meinem zweiten durchgang wo ich einfach nur mich darauf konzentriert habe viel viel bonuserfahrung zeug gemacht und halt viel gesettet um gute level ups zu bekommen das war anstrengend glaube ich einfach talisman weiteres geiles ein bisschen der weg hier versperrt ja es ist leider schon kapitel 15 also das leider schlecht das war schon ganz schön krass ja das sind so richtige feuerschutz magie schutz türen die halten die halten sicherlich einige stunden an wenn es brennt jetzt könnte ich tatsächlich einen guten witz machen wenn ich in dieser einen vordergrund aufgepasst hätte server räume geht und die brandschutz türen aber ich habe nicht gut aufgepasst das ist so die sachen die möchte man eigentlich nicht natürlich wieder keine geschwindigkeit ich weiß es nicht vielleicht ich weiß nicht ob ich noch so eine tempofeder habe auch jetzt musst du ihn noch mal wieder heilen aber gut ist vielleicht besser als wenn du wieder zum schläfen zum einschläfern kommst hat er noch einen oder hat er schon alle weg doch dann alle weg das weiß ich nicht ich dachte der hätte noch einen weil einmal hat er nicht getroffen und dann hat er einmal beuten ich meine er hätte noch einen ja dann müsste er noch einen haben ja hat sogar noch einen aber vielleicht lasse ich ihn dann auch beim heilen vielleicht lasse ich ihn da auch bei dem einmal heilen hi wie geht's ja nimm das was ist warum starfst du mich so an ich bin tauraneo ein general von da ein junger general von crimea ich habe eine frage die ich euch stellen will eure schwertkunst wer hat euch beigebracht so zu kämpfen soweit ich weiß wurde dieser stil nur von einem mann geführt einem alten freund von mir mein vater hat mir beigebracht das schwert so zu führen wirklich dann seid ihr garweins sohn wartet ihr seid ein freund von meinem vater wir waren sehr gute freunde vor sehr langer zeit wie geht es dem alten knaben mein vater lebt nicht mehr er wurde von einem general von da ein niedergestreckt und getötet das kann nicht sein der garwein den ich kenne besiegt wer war es werde ihn getötet ein ritter in schwarzer rüstung der schwarze ritter ich wusste nicht dass seine kraft so stark geworden ist interessant habt ihr noch geschwister ich habe eine schwester wenn wenn das so ist werde ich nicht gegen euch kämpfen die welt darf garweins schwertkunst nicht verlieren ich ergebe mich ihr könnt mich gefangen nehmen oder mich exekutieren oder was auch immer ihr mit mir vor habt es ist mir egal seid ihr des wahnsinns sehr sogar ich hatte mich vorher bereits entschieden an diesem ort zu sterben ich habe diesen land lange jahre gedient schon zu zeiten des vorherigen königs aber dass der momentane regent er reagiert mit hilfe von angst und will nichts anderes als krieg ich kann das nicht länger ertragen ihr habt geplant zu geplant zu sterben schließt euch uns an wir können eure stärke sehr gut gebrauchen ihr würdet einen ehemaligen general von da ein aufnehmen ich kann nicht eure gefährten würden das verurteilen und nicht akzeptieren unsere armee kann sich den luxus solcher gefühle nicht leisten bitte leitet uns unsere stärke eure stärke einverstanden ich hatte mein leben bereits weggeworfen ihr habt es aufgehoben nun gehört es euch bei all dem toll von vergangenem zeug wünsche ich mir halt so sehr ein spiel wünschen wo halt so die ford story passiert und so das war voll geil ja irgendwie schon vor allem es wird nie passieren aber das ist ja natürlich geil wenn so ford story spiel rauskommt von nintendo voll geil und dann wird halt einfach nachgerieben hast und vielleicht die kollektion ich glaube es nicht allgemein weil die art von feiern im spiel nicht die art von feiern im spiel ist dann ist jetzt anders muss man damit klar kommen ja wenn ich glaub halt weil halt immer weil ich denke mal das wird schon wobei nie vergessen wir haben es doch mittlerweile schon gegen und feiern im 1 kam auf ich bin gespannt was da so das nächste kann man hat ja auch gar nichts mitbekommen ich habe für die hause war ja glaube ich das letzte die sie war ja als letztes jahr glaube ich oder das ist schon wieder zwei jahre weil es jetzt auch nicht so groß war ja aber ich sage mal die zuhörstoll die kann man glaube ich letztes jahr wobei der fahrt auch für smash rauskommt und ja 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 ich würde mich auf jeden fall auf ein neues freuen in der hoffnung ich weiß nicht die machen ja immer verschiedene sachen man muss ja dazu sagen so ich denke mal sie werden halt den stil von denen sie jetzt haben halt beibehalten bei awakening glaube ich das letzte feierende war was geplant war wenn es flocken tut dass er kein weiteres teilen bekommt und erstaunlicherweise wir sehen es feiern wird weitergeführt ja es hat sich sehr gut verkauft in dem her das ist halt der ganze wifo aspekt das hat es gerettet es ist so ne wunderbar mehr feiern im geil traurig natürlich dass die ganzen oldschool fans ja klar aber ich muss sagen ich finde er welchen macht mir sehr viel spaß zum beispiel auch ja es war ein bisschen enttäuschung also ich meine ich bin ja noch dabei und ich kann es zum teil schon nachvollziehen ja wobei ich ganz ehrlich bin ich habe auch schon gehört ja auch verwahrungsdinger soll ziemlich cool sein weil das so schwer ist beim ersten mal durchfühlen denken was ich was ein trash kack beim aber anscheinend also also ich meine wie gesagt ich spiel es momentan sogar ich habe sogar extra dafür ein google doc gemacht um mir aufzustreben mit was ich wem spielen will und alles mögliche ähm und ich muss schon dazu sagen also gerade der anfang kann sehr frustrierend sein sage ich mal weil man es auch schwer spielt ich weiß ich denke mal expert wird nochmal schlimmer dadurch dass du ja nachdem du die entscheidung gemacht hast hast du ja sozusagen die möglichkeit für shido offenbarung unterbringen und das problem ist wenn du halt den offenbarungsweg nimmst das problem ist halt einfach so du spielst halt mit einem der was machen kann wirklich dadurch dass ja dir dann gar keine mehr folgen tut also sprich die ersten zwei kapitel sind eigentlich nur koren felicia und azura und das ist halt gerade das vielleicht das allererste kapitel für offenbarung ist absoluter trash ich glaube das ging noch dann das nächste kapitel wo wir dann gunther bekommen ich habe noch nicht so viel müll gesehen der war einfach müll aber danach geht er dann so langsam so ist es nicht also danach macht es auch spaß dann kommt der wind clan der 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 das ist einfach das ist einfach nur pure frustration das ist ist die schlimmste map die ich mein ganzes leben je gespielt habe also ich glaube die habe ich lass mich nicht lügen fünf oder sechs oder sieben mal neu gestartet ja gut ich meine ich habe offen bauen ist so der eine dinge den ich aufgehört habe zu spielen wo ich dann doch keine luste hatte also ich würde es schon spielen weil es macht halt schon sehr viel spaß vor allem weil du halt die möglichkeit hast was ich auch nochmal nice finde sowas möchte ich auch immer noch machen dass du halt einen full chill run machen kannst theoretisch dadurch weil du kriegst ja sozusagen alle kinder dann dadurch ja äh einfach krass zu level unseren scheiß ja was ich aber krass finde ist halt so wirklich der unterschied zu also ich habe mir mal ein video angeguckt habe weil ich ja das nina kapitel also die tochter von nice also von bogenschützen von noah sozusagen haben wollte und das ding ist das habe ich glaube ich auf twitter auch gerantet oder ich glaube oder auch mal discord selber das ding ist weil du kennst ja wenn du die tars sozusagen die du rekrutieren kannst sozusagen also die du mitnehmen kannst und du killen solltest dass halt dann dieser sound kommt so von wegen dass die halt tot sind so ne und das passiert in der aufgabe bei den nebenquests von nina auch wenn du nina besiegst kommt dieser sound und du denkst dir halt dann oh die ist tot also sprich du kannst sie nicht mehr bekommen ja hustekuchen das ist genau richtig so ich war richtig frustriert weil sie die letzte war und das erste mal das gemacht hatte sie war wirklich die letzte und dann kommt dieser sound und ich bin so scheiße musste neu starten dann schaue ich mir ein video an wie die nebenquests machen muss der breittern einfach vor die niedet die um als wäre die nicht so wirklich das ist halt bullshit schlechte schlaue ab ich meine immerhin geschwindigkeit aber magie ja ich meine magie magie ist alles ja ich meine magie ist alles oh stark ah magie okay was feines für die gute iliana hat sie ist sie ist sie schon zu weit ich meine magie magie äh nein oh boy was ah ja ja die sc wie viel von ihren level ups war doch heil magie oh man du hast noch einen türschlüssel ich meine vielleicht durch die waffenbücher könnte man sie noch hoch bekommen wenn man das denn will ach genau eine sache da weiß ich nicht ob die auf level 20 sein müssen die einheiten aber die ähm waffen waffen level äh da gibt es auch gut was das man dann übertragen kann weiß aber nicht ob die level 20 dafür sein müssen das ist natürlich cool wenn man dann halt direkt coole magiebücher benutzt hat ähm naja das heißt seitdem ich das ganze beim transferzeug weiß und auch die möglichkeit habe es zu machen ähm ist bei mir eigentlich nur noch bei dem spiel das im kopf für mich ist das spiel einfach nur ein prolog das nächste was wir sind drauf ging es schon fast aber hey 21 verteidigung 21 angriff das heißt er würde mir keinen schaden machen selbst wenn er mit dem schnitter trifft dann bin ich sogar doch sehr ohne sorge dass ich doch ihn hier rein stelle nur der schnitter typ den möchte ich weg haben das lohnt sich auch nicht so wirklich ja genau das ist so traurig dass es nur fünf benutzungen sind ich bin so froh dass die gegner nicht mehr benutzungen haben von den scheißbüchern ja das stimmt ich weiß nicht gab es hier schon viele gegner die das haben so viele habe ich bisher nicht gesehen vorletzte kapitel glaube ich oder so ich glaube irgendein brücken dicken glaube ich war auch noch einmal was bei der brücke da kann es sein aber da gab es auch die ganze ballisten aber er stellt auch auf süß ein crit der keinen schaden macht die finde ich immer am geilsten und darauf vor dass sehr viele gegner in zukunft in zukünftigen kapiteln solche fernbar gehen meister siege ich habe schon alle einmal ihr habt schon alle entwickelt oder kriegerschwert sonst kann man sich natürlich von stufe 20 auf 21 dann die entwicklung mehr oder weniger die xp sparen ja also vielleicht es wird glaube ich eng mit 15 zügen ja wie viel wie viel runden habe ich noch okay schnitt dafür nicht cool zwei bis drei du kriegst einen langen sperr das muss jetzt recht schnell vorangehen ach nee das wird niemals oder du kriegst doch nicht die drachen kaputt und eigener ausfällt hmm immerhin immerhin kriegst du noch alle truhen kriegst du auf jeden fall in den 15 zügen weil die eine truhe da oben ist ja die letzte wo der gute south gerade steht abtrag aha nee ich glaube der wird jetzt den letzten schlaf wird er wahrscheinlich jetzt nutzen aber ich denke ja mal er wird ihn wieder auf bräut einsetzen ja teleport wäre fast sogar noch besser aber das habe ich leider nicht ja selbst wenn ich weiß nicht ob die 400 xp noch na wohl auf chill ok wenn du das schaffst aber du kriegst ja trotzdem auch wenn du es nicht in der zeit schafft wird sich zeigen aber ich glaube das wird echt sehr sehr knapp das müssen halt schon jill und oscar eigentlich fast schon alleine schaffen und das wird nur mit langsperren wird das nix ja zusätzlich hat er halt auch gut verteidigung mhm 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 Was? Der König und der Hauptteil des Heers von da ein sind in Crimea, wo sie seit dem Untergang von Crimea weilen. Was sagt ihr da? Der König hat die Hauptstadt im Stich gelassen? Auch ich möchte das Ende dieses Konflikts sehen. Und es geht doch schneller, wenn ich euch hier besiege, anstatt dass ihr erst nach Crimea reist, um König Aschnaht herauszufordern. Meint ihr nicht auch? Nun, von der Seite kann man das sicherlich auch betrachten. Ihr habt nur ein Problem. Ich werde niemals zulassen, dass ihr mit Crimea verfahrt, wie es euch gefällt. Beides geht aber nicht. Wir beide wollen unsere eigenen Interessen realisiert sehen. Daher besteht dieser Konflikt. Ergibt sich keiner von uns beiden, wird der Konflikt anhalten, bis der Stärkere von uns beiden schließlich siegt. Ich habe meine eigenen Gründe für den Kampf und ich werde euch alle besiegt sehen. Ja. Alles klar. Einstimmung auf den Kampf. Ja. Ach, wer ein Teleportstab so schön. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube sogar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme sogar nicht auf das Feld hin. Da müsste ich schon jemanden stoßen dafür. Aber ist überhaupt jemand nah genug dran zu stoßen? Ja gut, also ich glaube, na wobei, ich weiß nicht, ob, na ja, wobei, ich glaube, sie werden es eher nicht schaffen. Ja, egal. Ich glaube, nicht so schön. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Auf jeden Fall war es gut, dass ich Define den Panzersperr gegeben habe. Also, weil damit kommt sie auf jeden Fall gegen die durch. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh, pass auf, dass der Magier denn nichts Döses einreichen kann. Was hat der denn? Der hat Glanz. 19 Angriff. Ich meine den anderen, na ja gut, okay, der kann nur, easy, kein Problem. Ja, also ich denke, nee, ich denke keiner dürfte bei dem Magier Angst haben da. Oder bräuchte da Angst zu haben, sagen wir es so. Äh, okay, Oskar, wie sieht's aus? Ja, okay, 3 Crits, das wären 6, das, nee, das wären 9, das wäre okay. Aber, wie sieht's aus, Oskar, ein Crits? Wäre cool. Ja, sowieso. Pass auf, easy. Sehr schön. Finde ich gut. Okay, es wird eine enge Kiste, glaube ich. Aber, ja. Änder besiegen wird nicht ohne. Er hat Geschwindigkeit gelevelt, cool. Ja. Das wird absolut nicht, oh, niemals, das glaube ich nicht. Der will auch ständig nur heilen. Okay, er geht auf, Oskar. Oh, das ist gar nicht mal so cool. Weil Oskar muss eigentlich derjenige sein, der Anna kaputt haut. Naja, gut, ich hab halt noch Burger-Tiefen mit Riz, also. Weil wenn sonst niemand hinkommt und ihn stoßen kann, dann könnt ihr nur mit in den Stoßen. Oder, ich stoße Toro Nero, sodass Toro Nero Eik stoßen kann. Äh, lol. Einfach cool und IQ-Play. Aber die Frage ist, das wird vielleicht aber dennoch nicht ausreichen dafür. Das ist das Ding. Weißt du, wir hätten einfach Pain gebraucht, weißt du? Ja gut. Ähm. Ja gut, ich glaube, das wird nix. Bist du überhaupt kaputt, der mit Rollstuhl? Äh, schade. Aber hey, im nächsten Kapitel, das ist ein gutes Kapitel für Bonus-Erfahrung. Okay. Wenn's das der Fall ist. Ja, wie gesagt, das Problem hier in dem Kapitel ist hauptsächlich die... Wenn man halt die ganzen tun will, dann braucht man noch ne Weile, um da durchzukommen. Ja, und ich glaube auch, dass Riz nicht Erneuerung hatte, sodass Jill und Boyd ein paar Runden schlafen mussten, das war nicht gut. Ja, mit dir, wo ich sowieso nicht mehr da rankomme. Ja, schade, aber was immer machen. Boah, wie sieht's mit Ike aus? Wie viel Schaden kann ich mit dir machen? Ach, du hast sogar einen Lagust-Brecher. Oh? Aber leider viel Crit. Pass auf, dass der Bischof dir nichts Böses macht. Ja gut, den werde ich vorher noch besiegen. Das ist klar. Ja. Ja. Leider werde ich dann halt nicht die 15 Runden geschafft haben, aber... Kann's jetzt nicht mehr rückgängig machen. Es hat nicht sollen sein. Ja, ich mein, wie gesagt, Bonus-Erfahrung ist sowieso. War ein bisschen weniger. Ja, ich mein, wie gesagt. Ey, ich will noch was. Und ich überleg, du kriegst eigentlich ganz gut XP, nochmal zu haben. Könnte schon noch was werden. Kann ja mal... Pass auf, ich bin ja mal ein ganz wieser, wieser, wieser Dude. Und wir schauen, was wir in gewisse Videos. Ich bin rein, um zu schauen, welches Level da meine Einheiten waren. Ich muss nur scrollen. Wie heißt das? Land ohne König. Land ohne König. Ich hab' ne passende Stelle. Nur die Ruhe, nur in der Ruhe liegt die Kraft. Okay, Anna, dann ran ans Werk, würde ich sagen. Warum steht ein Drache aus Goldor im Dienste des Königs von da ein? Ich möchte nur in der Nähe dessen sein, den ich liebe. Er ist einfach alles für mich. Deshalb muss ich euch besiegen. Oder ich... Ich... Ah ja. Ether! Und Doppel-Ether! Easy! Äh... Hätte ich... Ja, ein... Eine Runde mehr. Das hätte schon gereicht. Oder halt, wie gesagt, dass ich Erneuerung gehabt hätte. Okay. Bei Level 7, okay, okay. Meine Einheiten waren damals an der Stelle am Anfang von dem Kapitel so Level 3 bis 4. Okay, das sind meine eigentlich auch. Also, mehr oder weniger, plus minus. Deine sind schon etwas höher, was gut ist. Okay. Ich muss jetzt schauen, im letzten Kapitel... Wie weit waren meine Einheiten da? Das Ladespielen. Oh. So, so... Alles mögliche von 11 bis 20. Okay. Aber ich hatte schon ein paar 20. Das heißt, du müsstest sogar ein bisschen weiterkommen. Also, du kriegst vielleicht auch ein paar 20. Das ist ganz gut. Okay, ich bin mal gespannt. Aber gut. Ich würde sagen, wir haben alles erledigt. Nochmal kurz gucken, habe ich alle Drohnen. Aber ich glaube, ja. Die zwei, die zwei, die eine, die eine und die zwei. Ja. Wunderbar. Kann ich kurz sagen, der Dieb geblieben ist. Normalerweise kommt da einer. Aber vielleicht erst später noch. Ja, wer weiß. Ah, wunderbar. Ihr seid stark. Ich habe verloren. Dann beruhige, beruhige und ergib dich. Es gibt keinen Grund, warum du sterben solltest. Eigentlich ist sie wahrscheinlich längst tot, so wie Ike da abgegangen ist, aber... Das kann ich nicht. Was? Ich... Ich muss zu ihm. Nein, warte. Nassir, genau richtig. Halt sie auf. Es tut mir leid. Nassir! Nassir! Ah! Ike! Nassir, was machst du da? Nun geh. Beeil dich. Du warst also der Verräter. Hm. Jemand versorgt unsere Feinde mit Informationen. Warst du das auch? Und Alias Medaillon? Willst du mir sagen, du hast die ganze Zeit für die da eingearbeitet? Aber du bist ein Laguz. Warum? Sprich mit mir. Ach, es ist zwecklos. Schaff ihn hier weg. Ihn zu sehen macht mich ganz krank. Verdammt. Bis sich alles aufgeklärt hat, bleibst du unser Gefangener. Ich werde dich nicht weiter befragen, wenn du reden willst. Dann lass es mich wissen. Ich gehe zum Palmeni-Tempel. Ich verstehe nicht. Aber jetzt ist es, äh, erklärt worden. Jetzt ist es klar, dass er der Verräter ist. Einfach allemal. Die Hauptstadt ist also gefallen. Wie? Ha! Ich wusste, das würde geschehen. Und doch ist das enttäuschend. Es ist völlig egal, wie gut du ein Heer trainierst, wenn sie nicht kämpfen, wenn deine Soldaten schwach. Was ist das Leben eines Soldaten ohne einen nah-nah-haften Krieg? Blut und Schmerzen die Nahrung eines wahren Krieges. Da wir gerade von Soldaten sprechen, eure Hoheit, der Hauptteil eurer Steidkräfte befindet sich hier. Ich habe genügend Soldaten dort positioniert. Und doch konnten sie nicht bestehen. Vielleicht habe ich Anna unter überschätzt. Ach, auch wenn sie ein Drache ist, nehme ich an, sie hat ihr Bestes gegeben. Das nehme ich auch an. Wichtiger aber ist der Schwarze Ritter. Wo ist er hingegangen? Habt ihr ihn in ihr in der Hauptstadt gesehen? Habe ich. Er bat mich, dies eurer Majestät zu überreichen. Ah, nach so langer Zeit hat es endlich den Weg zurück in meine Hände gefunden. Packt es aus. Schnell. Packt es aus und zeigt es mir. Sehr wohl, eure Majestät. Seid vorsichtig und berührt es nicht, Petrine. Es würde euch in den Wahnsinn treiben. Ich würde es hassen, euch töten zu müssen. Hahaha. Hier ist es, eure Majestät. Seht. Ah, wie wunderschön. Seht, wie es auf den Krieg reagiert, den ich über dieses jämmerliche Land gebracht habe. Das ist Lerans Medaillon? Ja, und in seinem Innern befindet sich ein Gott mit unermesslicher Macht und von eben solcher Grausamkeit. Dieser hat einst das Land überflutet. Alle Kontinente außer Tellius wurden in ein Grab aus Wasser gelegt. Das blaue Licht? Ihr, ich, selbst dieses Schloss, wir alle geben chaotische Energien ab. Und der dunkle Gott ist das pure Chaos. Das Licht, das ihr seht, ist die Energie, die auf das Chaos um uns herum anspricht. Daher nennen es einige Gelehrte Fire Emblemen. Null. Hä, 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 hä. Schaut, wie ihr zittert. Dieses Licht hat die Macht, die menschliche Seele zu verhexen. Wusstet ihr das? Es greift nach euren chaotischen Impulsen. Wie zum Beispiel das Verlangen, alles Leben in eurer Umgebung auszulöschen. Fühlt ihr seine Einladung? Die Erlaubnis, jegliches Gefühl in eurem Herzen ausleben zu dürfen. Egal, was es für eins ist. Ich, mein Bericht ist noch nicht beendet. Ha, ha, ha. Ah, Petrine. Wache. Ja, eure Hoheit. Verpackt dieses Medaillon und bringt es in den Tresorraum. Sofort. Sprecht weiter. Der Bericht. Natürlich, ja. Wie eure Majestät befohlen hat, wird der Schwarze Ritter die Prinzessin von Sirenes gefangen. Laut den letzten Berichte befindet er sich auf dem Weg nach Phenissus. Gut. Er hat sich also für die Prinzessin und nicht für den Prinzen entschieden. Wie? Hat er euch Gründe dafür genannt? Ja, eure Hoheit. Seine Entscheidung basiert auf den Überlegungen einer Gruppe Gelehrter. Da die Prinzessin über 20 Jahre völlig isoliert war, gehen sie davon aus, dass ihre Magie stärker als die ihres Bruders sein muss. Dennoch kann der Schwarze Ritter den Falkenkönig von Phenissus überlisten und sie entführen. Der König der Falken ist nicht ständig an ihrer Seite. Hinzu kommt, wie ihr wisst, dass der Schwarze Ritter Teleportie-Puder besitzt. Jemand von seiner Macht hat die Fähigkeit, nach eigenem Willen zu entscheiden und zu verschwinden. Wahrscheinlich gibt es keinen Zweiten wie ihn. Mit Ausnahme eure Majestät natürlich. Ich, ich, ich will damit sagen, haha, das muss ich bald mal überprüfen. Aber nicht heute. Es passiert nicht oft, dass man eine solch nutzliche Marionette wie ihn findet. Gut gesagt, eure Majestät. Nun, Petrine, meine liebe Petrine, ihr habt einen Fehler nach dem anderen gemacht. Wie wollt ihr mir euren Wert beweisen? Wenn ihr mir weiterhin dienen wollt, müsst ihr Resultate erbringen. Es sei denn, ihr wollt ebenfalls als Appetithäppchen für Ra-Jayon hier enden. Eure Majestät, ich werde meine Anstrengungen verdoppeln. Ich werde, ich werde euch nicht noch einmal enttäuschen. Ihr könnt einen General sein oder einen Abendessen. Das ist mir völlig egal. Aber zeigt ein bisschen Initiative. Einverstanden? Ja, eure Hoheit. Wenn ich mich jetzt entschuldigen... Wartet. Ich habe das vergessen. Was ist mit Anna passiert, als die Hauptstadt fiel? Den Berichten nach ist sie geflohen. Ihr momentaner Aufenthaltsort ist unbekannt. Dennoch, wir reden hier von Anna. Sie wird zu euch zurückkehrt, eure Majestät, oder nicht? Tötet sie. Was? Ich habe keine Verwendung mehr für sie. Oh. Aber wenn ihr nicht in der Lage seid, sie von Angesicht zu Angesicht zu töten, nutzt ihr Vertrauen und stecht ihr in den Rücken. Wie ihr wünscht. Europa. Ja, das würde ich auch so sagen. Aschnat macht langsam Nägel mit Köpfen. Wie lange machen wir es gut? Ja, eigentlich macht er das schon die ganze Zeit. Ja, lustiges Kapitel. Würde ich sagen. Also es war interessant. Mal wieder. Zwei Stunden, Jürgen. Ja, sogar. Ja, aber gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich an alle, die zugeschaut haben und für euch beide, dass ihr dabei war dieses Mal. Sehr gerne, wie immer. Gerne. Und in diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis dann und tschüss. Bye, bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020